Hallo, mein Name ist Paul Fuchsjäger, ich bin bei Funkfeuer aktiv und ich denke mal, das sagt den meisten hier schon was. Wir wollen nächstes Jahr die sogenannte Battle Mesh hierher holen nach Wien. Das ist ein jährliches Event, wo sich die ganzen Routing-Protokoll-Developer treffen. Circa 100 Leute aus 20 Nationen. Das wollte ich nur mal so in den Raum werfen, das wird ungefähr den April nächstes Jahres wollen wir das machen. Wir suchen noch Hilfe, also wir sind jetzt im Moment drei Leute im Kernteam, die das organisieren wollen. Wenn sich jemand für Routing-Protokolle oder prinzipiell für Community-Netze interessiert, das ist ziemlich spannend. Sehr technisch wie politisch auch nächstes Jahr wird es sehr, sehr spannend werden. Und die zweite Sache ist, wir suchen jetzt gerade eine gute Location. Wir bräuchten sowas wie hier, nur doppelt so groß. Volkskundenmuseum steht auf der Shortlist schon drauf. Wenn euch was einfällt, bitte funkfeuer.at auf den Mailinglisten oder kommt es zu mir, es wäre sehr hilfreich für uns. Danke. An der Stelle muss ich mich auch nochmal reinhängen. Herzlichen Dank an Funkfeuer. Die haben nämlich nicht nur das Streaming auch zu einem Teil ermöglicht und WLAN ermöglicht für uns im Volkskundenmuseum, sondern auch heute hier. Also große Leistung, tolle Geschichte. Vielen Dank, auch dem Clemens. Vielen Dank.